Hallo, ich will heute zeigen, wie wir eine Dropdown-Liste dynamisch gestalten können. Das heißt, ich habe hier eine kleine Liste und diese Eintragungen, diese Werte, die sollen in der Dropdown-Liste erscheinen zur Auswahl. Und wenn ich dann hier bei den Tätigkeiten eben noch Eintragungen vornehme, dann möchte ich, dass sie automatisch auch in der Dropdown-Liste angezeigt werden und übernommen werden. In der oder ab der Version Excel 2007 ist das eigentlich ganz einfach zu bewerkstelligen. Wir können diese Liste hier als intelligente Tabelle formatieren. Ich stelle mich jetzt einfach mal hier rein, dann über den Reiter Start und Tabelle formatieren. Da kann ich mir hier ein Format aussuchen. Der erkennt die Liste hier mit Überschrift, bestätigen wir. Und dann haben wir aus der Liste eine Tabelle gemacht und jetzt lege ich hier eine Dropdown-Liste an über Daten, Datenüberprüfung und sage hier, welche eine Liste haben und lege die Quelle fest. Dazu markiere ich mir die Eintragungen in der Tabelle, bestätige das und wenn ich die Dropdown-Liste jetzt anklicke, dann haben wir hier alle fünf Eintragungen drin zu stehen. Ich kann hier eine auswählen und wenn nun noch ein Eintrag dazu kommt, dann stellen wir uns hier einfach unter die letzte Zeile der Tabelle, geben einen Wert ein und dann sehen wir, die Tabelle erweitert sich hier automatisch. Der Eintrag wird also übernommen und wenn wir jetzt hier in die Dropdown-Liste nochmal gehen, dann sehen wir, ist dieser letzte Eintrag auch hier übernommen worden. Die Liste ist also dynamisch. Ja, jetzt gibt es aber noch Leute, die arbeiten mit der Version Excel 2003 oder vielleicht noch älter und da haben wir nicht die Möglichkeit, hier die Liste als Tabelle zu formatieren. Da müssen wir ein bisschen anders vorgehen. Ich habe auch hier also die Tätigkeiten in eine Liste geschrieben und habe das hier mal grau hinterlegt. Das soll dann der Bereich sein und wir lösen das in Excel 2003, indem wir dieser Liste einen Bereichsnamen geben. Das machen wir mal zuerst. Die ist also hier markiert von C4 bis C17 und ich habe dann hier in den leeren Zellen also die Möglichkeit zusätzliche Eintragungen später noch zu machen, wenn die dann anfallen sollten. Ich stelle mich hier in das Namensfeld und gebe jetzt diesem Bereich den Namen und Tätigkeiten. Bestätige das und kann jetzt auch hier in mein Feld Auswahl gehen und über den Reiter Daten und Datenüberprüfung hier mitteilen, dass ich hier eine Liste haben möchte. Und als Quelle geben wir jetzt nicht den Bereich an C4 bis C17, sondern den soeben vergebenen Namen, Tätigkeiten. Wir sehen hier, dass das angehakt ist, leere Zellen ignorieren. Dazu muss man sagen, damit ist nicht gemeint, dass der hier leere Zellen aus dieser Liste ignoriert, sondern damit ist lediglich gemeint, dass wir, wenn wir hier eine Auswahl treffen und einen Nullwert haben, also die Auswahl leer bleibt, dass der das dann ignoriert und keine Werte eben aus der Liste anfordert. Das muss man also beachten. Wir werden jetzt gleich sehen, welche Werte er übernimmt, nämlich die 5, die hier drin stehen und natürlich alle leeren Zellen, weil wir den Bereich ja von C4 bis C17 als Tätigkeiten benannt haben und den Bereichsnamen Tätigkeiten eingegeben haben als Quelle. Das ist also ganz normal, aber wir wollen ja nun gerade nicht hier leere Zellen drin haben. Das heißt, wir müssen jetzt diesen benannten Bereich nochmal bearbeiten. Ich gebe hier jetzt dazu mal in den Namensmanager. Der steht hier unter dem Reiter Formeln und da finden wir jetzt hier den definierten Namen Tätigkeiten und sehen, dass sich dieser Name auf die Zellen C4 bis C17 bezieht im Tabellenblatt Excel 2003. Das ist hier so benannt, deswegen führt er das hier vorne an. Und wir müssen dem jetzt sagen, dass wir eben nicht bis zur Zelle C17 die Eintragungen haben wollen, sondern nur die Zellen angezeigt haben wollen, wo tatsächlich ein Eintrag drin ist. Und das müssen wir jetzt erstmal festlegen. Es gibt die Funktion Anzahl 2 und die zählt uns die Anzahl nicht leerer Zellen in einem Bereich. Wenn wir also den Bereich hier nochmal eingeben, C4 bis C17, dann zählt ja jetzt die Zellen hier durch, wo ein Eintrag ist. Und damit erhalten wir hier die Zahl 5. Wir haben also genau 5 Eintragungen und die Zellen darunter sind leer. Also hier dann innerhalb des Bereiches die letzte Zeile, wo ein Wert drin steht und diesen letzten Wert aus der Zeile 5 dieses Bereiches, die kann ich mir nun anzeigen lassen mit der Funktion Index. Als Matrix gebe ich dann hier wieder diesen Bereich ein von C4 bis C17 und der soll mir den Wert aus der Zeile ja zurückgeben, die ich hier gerade bestimmt habe, nämlich den Wert aus der letzten Zeile, wo ein Eintrag drin ist. Nehmen wir also hier G4 und dann kann ich das hier schon bestätigen. Und dann sehen wir, da zeigt er mir den letzten Eintrag spielen an. Jetzt können wir diese beiden Funktionen hier zusammenpacken. Dazu kopiere ich mir jetzt hier mal die Funktion Anzahl. Gehe jetzt in die Indexfunktion und tausche hier die Zelle G4 durch die Formel aus. Zeigt er uns natürlich dasselbe Ergebnis an, aber wir können dann diese Zelle hier löschen. Die brauchen wir nicht mehr. Und jetzt kopiere ich mir in die Zwischenablage diese Funktion Index mit Anzahl und gehe jetzt noch mal in den Namensmanager und sage dem jetzt neu auf welche Zellen der sich beziehen soll. Nämlich in dem Tabellenblatt Excel 2003 angefangen von der Zelle C4, aber eben jetzt nicht mehr bis zur Zelle C17, Sondern der soll sich nur beziehen auf den Bereich in dem der letzte Eintrag ist, den wir hier gerade eben mit Index und Anzahl ermittelt haben. Kann ich das hier bestätigen. Können wir schließen und wenn ich das jetzt öffne, dann sehen wir, haben wir tatsächlich nur noch die 5 Eintragungen drin zu stehen. Und ich kann mich jetzt hier in die Liste stellen und einen Eintrag ergänzen. Hier haben wir noch die Formel zu stehen. Hier sehen wir, hier kriegen wir das auch angezeigt und das muss er uns jetzt natürlich auch in der Dropdown Liste übernehmen, weil wir den Bereich ja jetzt nun so festgelegt haben und das passiert auch. Und damit haben wir auch diese Liste dynamisch gestaltet. Ist ein bisschen umständlicher als in der Excel Version ab 2007, aber es funktioniert auch mit älteren Versionen. Okay.